so damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück hier steine genau wir brauchen steine nicht zu knapp denke ich mal die ist echt düster ja gut ich glaube es liegt daran dass wir dass auch die fackeln jetzt wechsel mittlerweile hier weil hier wasser runter tröppelte ich weiß jetzt gar nicht wo ich tru hin habe noch gar nicht momentan alles geht darunter alles geht den bach runter also steine holen und da unten erstmal lagerraum schaffen wo denn dann alles hingeht jetzt habe ich gerade eine überlegung wir könnten das hier den tunnel dahin weiterführen dann die sachen echt ein dorfbewohner ist da reingefallen nach der trottel da bist du halt zermimt nicht meine schuld da stimmt der hiebel war hier drin oder ja ich glaube ich bin manchmal so unsicher wie wir das gemacht haben ist auch gut die türme definitiv nicht zugemacht das weiß ich also es könnte gerne so bleiben mit dem weihnachtspaketen sieht echt cool aus aber ich glaube das wird nicht so bleiben ich brauche echt bald nahrung aus kaninchen das wäre was was ich nie im leben essen würde ich mag das hier gut die bibliothek muss definitiv noch wachsen ja was ich auch hier nehmen wir mal zwei stück davon mit hier hat man schon mal so ein bisschen gebuddelt ne wird auch irgendwie noch eine lampe aber ein bisschen zu duster da genau so schön runter geschubst der dorfbewohner eigentlich auch oder der kann noch widerstehen okay interessant mehr geht eh nicht ja alle feile verbraucht das geht immer ziemlich schnell okay okay stellen auch noch mitnehmen wahnsinn so viele heftig was lassen wir jetzt dann was wir jetzt nicht mitnehmen was hilft voll geil jetzt hoffe ich natürlich nicht dass die anderen dürfen wo wir uns hassen ist natürlich nicht so gut wir müssen mal die schafe weiter züchten ich würde gerne auch mit wolle endlich mal weiter bauen oder wieder etwas bauen 13 rohe hühnchen das hört sich gar nicht so schlecht an gut ich brauche einen richter verdammt ja der denn keine truhe und fünf eisen ich habe nur vier ist meine axt ist bald hin die schaufel auch gut schaufel ist nicht so wild das kann mit eisen ja zwar machen aber ich sag mal also stein reicht bei der schaufel eigentlich auch aus ich habe echt kein eisen männer hier ist wolle sehe ich gerade also vielleicht hier unten in der schatztruhe im lager da wo sowas auch hingehört nein das ist mist da müssen wir uns auf die suche nach eisen begeben jetzt wird es auch schon gleich wieder dunkel ja weil ich musste das darunter abfangen muss ich direkt darunter noch so einen raum machen wo dann die beute praktisch hingetrieben wird das kriegen wir auch noch hin also in diesem sinne bis zum nächsten mal euer mister zogger